Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit, Netzwerktechnik, Netzsicherheit und am Schluss dann mal IPsec. Das ist das, was wir heute mal wieder angucken wollen und zwar, wie sieht denn jetzt nun ein Paket aus, das mit dem Transportmodus und das mit dem Tunnelmodus abgesichert wird. Das heißt, wir wollen uns jetzt nicht irgendwie diese Pakete hier angucken, die discarded oder bypassed werden. Wer ihm das jetzt hier gerade nicht sagt, der sollte sich dringend letztes Video angucken übrigens, sondern wir gucken uns jetzt nur noch Pakete an, die wirklich auch protected werden sollen. Und so ein Paket kommt erstmal als normales IP-Paket dann zu diesem, was auch immer da die IPsec-Konfiguration hält, meistens irgendwie ein Router oder sowas. Zum Beispiel könnte es auch sein, dass ihr dann bei euch dieses IPsec-Paket abpackt und dann wird es beim VPN, den ihr zum Beispiel angewählt habt, wieder entpackt. Und dort wird dann natürlich erstmal gesagt, okay, was möchte ich denn alles schützen? Möchte ich einen Transportmodus wählen oder möchte ich einen Tunnelmodus wählen? Schauen wir uns ganz kurz mal den Transportmodus an. Der Transportmodus oder das Paket sieht im Transportmodus so aus. Das heißt, wir haben erstmal den IP-Kopf und dann fügen wir einen IPsec-Kopf ein und dann kommen wieder die IP-Daten. Das heißt, das vorderste Paket und das hinterste Paket ist quasi gleich geblieben. Wir fügen einfach nur einen neuen IPsec-Kopf ein. Wie dieser IPsec-Kopf aussieht, das werden wir uns das nächste Mal angucken. Da wird es dann nämlich um die beiden verschiedenen Varianten von IPsec gehen. Aber das große Problem, was ihr hier jetzt sehen solltet, also klar, das hier hinten ist jetzt, also die IP-Daten, die sind jetzt verschlüsselt und alles ist safe. Aber ich kann den Kopf hier vorne, kann ich nicht verschlüsseln. Denn dieser Kopf, dieser IP-Kopf, der muss immer noch, also IPsec möchte abwärtskompatibel sein. Das heißt, es soll ganz normal über normalen IP-Traffic funktionieren. Und deswegen kann ich hier nicht einfach sagen, okay, ich ersetze jetzt die IP-Adresse in meinem Kopf vorne komplett, sondern die wird trotzdem noch verändert. Sagen wir mal, ihr habt irgendwie ein NAT oder sowas vorne dran stehen vor euch, also zum Beispiel einen Router. Und dann werdet ihr erstmal das Paket an den Router schicken müssen und der Router wandelt das Ding dann für euch ab, ersetzt die Absenderadresse zum Beispiel und so weiter und so fort. Und dieses Paket muss ja trotzdem noch irgendwie ankommen. Und deswegen hat man sich hier gesagt, okay, wir kopieren einfach den Kopf vorne und stecken den da wieder einfach so rein. So, Problem ist jetzt natürlich folgendes, wenn jemand dieses Ding anguckt, dann kann er immer noch angucken, wo euer Paket denn hin möchte. Und er kann immer noch angucken, was sonst so im Kopf drin steht, das heißt von wem es kommt. Was natürlich nicht so geil ist. Wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte www.drogenberatung.com anrufen, dann kann das immer noch mitgelesen werden. Und ihr seht, Metadaten können auch sensibel sein. Und deswegen möchte man das eigentlich so nicht haben. Es schützt natürlich immer noch die IP-Daten, das heißt, ich habe hier eine gewisse Vertraulichkeit drin. Je nachdem, welchen Modus ich wähle, habe ich auch eine Integritätssicherung und alles drum und dran. Alles super. Aber wie gesagt, Metadaten sind eigentlich auch sensibel und möchten geschützt werden. Was es deswegen gibt, ist der sogenannte Tunnel-Modus. Beim Tunnel-Modus sehen wir, wenn ich das jetzt mal mache hier, sehen wir, dass wir einen neuen IP-Kopf eintragen. Und dann kommt der IP-Sec-Kopf und dann kommt beides, IP-Kopf und IP-Daten, also der ursprüngliche IP-Kopf und die ursprünglichen IP-Daten, die beide verschlüsselt wurden. Das heißt, niemand kann sie öffnen, außer dem Empfänger von diesem IP-Sec-Paket. So, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zurückgehen zu dieser Folie hier, dann sehen wir, mit dem Tunnel-Modus können wir das ganze Paket hier eigentlich ohne Probleme und ohne, dass irgendjemand weiß, wo unser echtes Paket hin möchte. Das heißt, sagen wir mal, ihr habt euch in ein VPN eingewählt. Bestes Beispiel hier für dieses Szenario wirklich. Das seid ihr, das ist euer VPN. Bei dem normalen Transport-Modus, da steht immer noch drin, sagen wir mal, Drogenberatung.com wird angewählt. Steht drin, ich möchte Drogenberatung.com anwählen. Mein Paket geht also über ganz normalen IP-Traffic. Jeder kann lesen, von wem das Paket ist, sprich von mir und jeder kann lesen, was das echte Ziel ist, das heißt Drogenberatung.com. Das heißt, jeder weiß, dass IP-Adresse ich, ich weiß meine gerade nicht auswendig, sorry, ich habe heute noch nicht nachgeguckt. Jeder weiß, dass eben von dieser IP-Adresse das Paket zur Drogenberatung.com geht. Und Unity Media ist ja sogar verpflichtet vom Staat, dass sie dieses Paket zwischenspeichern, also generell alle Metainformationen müssen die erstmal zwischenspeichern. Das heißt, jeder kann einfach zu Unity Media gehen und sagen, hey, wer hatte denn die IP-Adresse in dem Zeitraum und was hat er denn so angeguckt? Und dann kann jeder sehen, okay, er hat Drogenberatung.com, was auch immer, Datum, Uhrzeit und so weiter genau angewählt. Wenn ihr jetzt aber den Tunnel-Modus habt, dann wird dieser IP-Kopf völlig ersetzt. Das heißt, eure IP-Adresse und Drogenberatung.com, also eure IP-Adresse hier unten, wird völlig ersetzt. Und zwar durch das hier ist die Absenderadresse und das hier ist die Zieladresse. Und dann geht das Paket, also sieht das Paket einfach nur so aus, als möchte es zu eurem VPN, aber wo es dann weitergeht, das weiß niemand. Zumindest nicht, solange das Paket sich in der Verbindung von euch zum VPN befindet. So, das bedeutet, das Paket wird hier absolut sicher rübergeroutet zu eurem VPN-Provider. Der packt das Ding dann aus und schickt das normale Paket wirklich wieder weiter. Aber als Absenderadresse steht jetzt natürlich der VPN-Provider drin. Und da ist es normalerweise nicht so, dass der irgendwas zwischenspeichert. Deswegen ist es ja so wichtig, dass die Dinger nicht loggen. Und ja, dann steht eben drin, okay, VPN-Provider XY wählt Drogenberatung.com ein. Ja gut, das bringt niemandem was, denn ein VPN wird normalerweise von mehr als nur einer Person angewählt. Und wenn dann wieder ein Paket zurückkommt, dann merkt ihr, ah, okay, das habe ich doch gerade angewählt, da habe ich eine Verbindung aufgebaut. Packt das Ding wieder in IPsec ein, im Tunnel-Modus. Das heißt, von wem das Ding ist und wohin es wirklich geht, ist absolut geheim. Das Ding wird hier rübergeroutet bis zu euch und dort wird es wieder ausgepackt. Und ihr sagt dann, ah, das Paket, auf das habe ich schon gewartet, da sehne ich mich jetzt total danach. Und ihr könnt euch dann angucken, was da eben zurückkam. Ja, und deswegen sollte man, wenn man wirklich seine Metadaten schützen möchte, definitiv nur den Tunnel-Modus benutzen. Aber Achtung, die Metadaten sind auch nur so sicher, wie jetzt hier danach gehandelt wird. Das heißt, wenn hier dann irgendwo noch eure Absenderadresse oder sowas drinsteht, Vorsicht, wenn IPsec aufhört, dann habt ihr auch keine Vertraulichkeit mehr. Dann habt ihr auch nicht mehr irgendwelche Kryptografie. Dann ist euer Programm sozusagen offen, euer Paket offen, sorry. Okay, das bedeutet, wenn der VPN-Provider das Paket auspackt, das verschlüsselt zum VPN-Provider gekommen ist und dann den normalen Traffic hier weiter routet, steht zwar der Absender der VPN drin, aber sagen wir mal, ihr loggt euch jetzt mit Benutzernahme Cedric Mössner auf drogenberatung.com ein, dann steht das da immer noch im Klartext drin und das hat euch überhaupt nichts gebracht. Das heißt, wenn ihr euch irgendwie mit einem VPN-Provider über nicht-HTTPS einloggt, also über nicht-TLS-Verbindung irgendwas macht, dann habt ihr hier schon mal wieder, naja, im Prinzip eure ganze große Fürsorge war für den Arsch. Aber, ja, trotzdem ist der Tunnel-Modus natürlich hier eine große Chance, hier was richtig zu biegen, sag ich jetzt mal, wo IP ansonsten versagt. Auch der Transport-Modus hat natürlich seine Reize, vor allem, weil ich natürlich hauptsächlich daran interessiert bin, dass meine Daten erstmal sicher sind, also wenn ich irgendwie mich einlogge oder sowas, dann reicht mir natürlich der Transport-Modus, da müssen nur meine Daten sicher sein, da muss nicht irgendwie noch irgendwas anderes sicher sein. Aber, okay, ich glaube, das dürfte das Ganze so relativ deutlich machen. Transport-Modus sichert nur Daten, Tunnel-Modus sichert auch die Metadaten, zumindest zwischen den beiden Endpunkten hier. Gut, das war's von meiner Seite, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch das Ganze ein bisschen näher bringen, warum es hier zwei verschiedene Modi gibt und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!